Musik Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary. Ich bin der Lengster und begrüße euch zum Griechenland Level St. Francis Folly. Mittlerweile schon die dritte Folge, aber wir haben schon alle Artefakte. Haben trotzdem heute noch einen spannungsgeladenen Sprung vor uns. Wer den letzten Part gesehen hat, der weiß ja Bescheid, dass ich da oben ganz schön rumgefällt habe. Und ja, leider muss ich da aber hin, um hier wieder rauszukommen. Und gucken wir mal, ob ich das heute schaffe hier. Weil ich habe jetzt zwar noch gute Laune, ist auch eine neue Session, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte sich ganz schnell ändern. Und jetzt gucken wir mal. So, hüpf doch mal dran, junge Lady. Und dann hüpfen wir mal hier rüber. So. So. Da sind wir gleich am Todessprung. Vielleicht muss ich die Kamera ganz seitlich lassen. Ich probiere es jetzt mal. Wir machen es jetzt mal ganz langsam. Wir machen das jetzt mal so und so. Und. Ach Mensch, ey. Warum springst du denn immer vorwärts? Also mir ist eigentlich schon klar, wie es funktioniert. Wir springen da dran und ich drücke X, damit sie den Haken loslöst. So. Danach muss ich nichts mehr drücken. Ich bin ja sicher am Haken dran. Ich kann quasi den Pad loslassen und Lara hängt am Seil. So. Dann schwinge ich mich mit links und rechts natürlich an der Wand entlang. So. Und wenn ich jetzt natürlich abspringen will, dann versuche ich natürlich nach hinten. Also nach unten abzuspringen. Oder nicht? Weil. Wir wollen ja rückwärts abspringen. Und rückwärts ist doch. Wow, wow, wow. Ist doch hier bestimmt eigentlich rückwärts oder nicht? Rückwärts ist rückwärts, würde ich jetzt mal sagen. Wow. Jetzt war ich glaube ich einen Tick zu tief. Machen wir mal so. Bitte Lara, jetzt spring nach hinten ab. Das kann doch nicht so schwer sein mit diesem Dreckspad hier jetzt, ey. Ja. Ja. Oh mein Gott. Jetzt aber nicht versauen. Oh. Jetzt nichts versauen hier. Jetzt müssen wir noch da rüber. Ganz vorsichtig. Oh. Und. Oh. So. Jetzt da rüber. Oh Gott, ich bin ja so wackelig jetzt unterwegs hier. Zack. Und. Zack. Und. Oh Gott. Oh Gott, endlich, 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 endlich raus hier. Oh mein Gott, ey. Ich bin ja so froh. Wir werden später noch sehr frustige Tode sterben, wenn das nämlich in der Zukunft nicht besser wird, ne? Mit meinem Haken rückwärts Sprung. Oh, 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 oh. Jetzt aber nichts hier raus hier. Zack. Yeah, yeah, yeah. So. Hier war doch wieder ein Trick. Komm, wir zählen bis vier. Wetten bis vier? Eins, zwei, drei, vier. Aha. Oh nein. Ha, 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 ha. Das war der Köpfer. Ha, 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 ha. Oh, ich hab mich schon tot gesehen. Oh, den wollte ich gar nicht machen. Das war voll aus Versehen. So. Damokless-Schwert. Habe ich jetzt eigentlich alle Schlüssel? Warte mal, haben wir jetzt schon drei Stück? Ja. Ja, dann können wir runter gehen, ne? Oh, endlich geht's weiter. Es geht weiter, Jungs. Ich bin so gespannt. So, grün müssen wir noch. Rot müssen wir noch Oh lila oder Ich glaube den müssen wir noch Jawoll Der Chor ist auch wieder ganz ganz gespannt Machen sie wieder Tja seht ihr Hätte ich im letzten Part das Level beenden können Wenn ich nicht so nubig gewesen wäre Wollt ihr mich verarschen Dafür habe ich jetzt Ich habe alle Artefakte gefunden Und dafür habe ich jetzt nichts bekommen Also das ist doch Das ist doch ein Quatsch jetzt Oder das ist Start, was haben wir denn Level 4, 5, 6 dürfte das sein Komme ich hier langsam durcheinander Mit den Level Namen Und jetzt wollte ich eigentlich schon Start Part 8 schreiben Aber dem ist ja nicht so So Dann gehen wir mal hier durch Gucken was uns hier erwartet Müssten wir jetzt misstrauisch werden Ein langer Gang Oh wieder schöne Musik Leute Richtig schöne Musik Das Kolosseum Da kommen Ratten auf mich zu Weg mit euch Ich will euch nicht töten Wir hören schon mal Wasser Zu unserer Rechten Ich höre irgendwo ein Nager Aber ich weiß noch nicht wo Wahrscheinlich da oben Vielleicht Oder hinter den Steinen Und gut dann Müssen wir scheinbar hier hoch Wir könnten auch mal Ah ja Da können wir hoch Oh der hat ganz schön viel ausgehalten Hier der kleine Nager Nicht schlecht Nicht schlecht War bestimmt der super Nager Äh Zerab Ja Ich hoffe ihr seid gespannt Was jetzt passiert Ich glaube ich weiß schon was passiert Müsst du jetzt nicht bald hier König Midas und so kommen Das wird richtig geil Freue ich mich schon drauf Ägypten wird nachher auch so geil Da hinten liegt noch was Wahrscheinlich muss ich doch ins Wasser Aber Also ich könnte da jetzt schon Mit einem Köpfer reinspringen Allerdings wollen wir natürlich noch Die Munition Die ich wahrscheinlich eh nicht Aufsammeln kann Oder doch Gucken wir mal Hoppala 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 Komm ich aus dem Wasser Wieder raus Ja Oh 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 Schon das zweite Mal heute Lara es tut mir echt leid Da habe ich Da habe ich mich etwas verschätzt Ah Müsst du jetzt habe ich auftauchen gedrückt Statt abtauchen Und nochmal So wo wollen wir denn Ach du Scheiße Oh da muss ich jetzt nochmal Luft holen Wo schwimmen wir denn zuerst hin Das ist eine gute Frage Ach du lieber Gott Das ist aber voll groß hier Jetzt muss ich Jetzt muss ich aber schon wieder zurück Wo ich sonst Angst habe Ich ersticke Ah nach oben Oh nein Ach scheiße Wow So Jetzt haben wir natürlich nicht richtig geguckt Ob da noch irgendwas liegt Oh ich glaube wir sind jetzt in den gefangenen Räumen Des Kolosseums War doch oder Kolosseum war doch jetzt das Level Ja na klar Geil Kolosseum Wir gehen jetzt mal davon aus dass wir hier kein Medikit mehr finden oder Meint ihr das nicht auch Komm Wir gehen jetzt hier raus Oh ich habe ja Alter Schwede Die arme Ratte Gott du lebst doch Ja das sind also die gefangenen Räume der Gladiatoren hier sozusagen Geil auch hier wieder die Soundgeräusche So da kommen wir eventuell raus Vielleicht können wir hier eine Tür aufmachen Gut dann Probieren wir es doch gleich mal Aber warum Ah ich kann doch bestimmt auch hier rüber 100 pro Woll guckt mal Da sind doch wieder so Dinger zum festhalten 100 pro Na klar geht das So Star dran Oder ist das jetzt der Ausgang Ah das könnte auch der Ausgang sein Jetzt habe ich es vielleicht verbaselt Jetzt müssen wir doch nochmal auf die andere Seite googeln Ich habe ja eher gedacht der offensichtliche Weg hier wäre der Ausgang Ne hier liegt dann das Medikit Okay Habe ich mich wieder mal selbst verarscht Oh meint ihr das klappt Ne eh nicht Boah Hababa Knapp Kriegen wir das so auch hin Ah alles klar Lol Dann hältst du dich da nicht fest Mädchen da musst du mal ein bisschen mitdenken Ne Das wäre doch jetzt so cool gewesen Aber nein Zack Und Hoppsasa Und Hopps Oh nee warte So wollen wir So Und Och komm Das kann ich jetzt wieder nicht nachvollziehen Da mache ich jetzt wieder den Analogstick Ich habe doch gerade ausgedrückt Ich habe doch hier nicht irgendwie Nach rechts oder links gedrückt Sondern ich wollte doch nur vorwärts springen Mano Ich glaube wenn ich dann Eeeh Ich glaube wenn ich 2-Border 2 spiele Äh werde ich das tatsächlich mal mit der Tastatur spielen Oder zumindest Werde ich mir das so konfigurieren Dass ich Ähm Ja mit Digitasten spielen kann Also das alte Tomb Raider mit einem Analogstick spielen Das ist bestimmt die Hölle So Alles klar Liegt da vielleicht was Ne Ja und dann Äh wurden die Alten Gladiatoren Wahrscheinlich hier durchgescheucht Ne Zum Kämpfen In die Arena Damit sich die Griechen An ihnen ergotzen Ergötzen konnten Oh Ei 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 Oh Ein Silberrücken Oh 2 Ah Ah Das war wieder viel zu früh Okay wie ging das nochmal War das der Schussknopf Ja Alles klar Wow Ja komm mal her du Oh der ist schon tot Ein Indoor Kolosseum Guckt euch an wozu die Griechen imstande waren Eine riesige Kuppel über einem Kolosseum Das haben nicht mal die Italiener geschafft Die Römer Unglaublich oder So soll nur ein bisschen aufpassen Jetzt sind wir hier natürlich Mittendrin In der Arena Ach komm Äh So mehr kriege ich nicht Da drüben ist der Ausgang Ne Ja und mehr sehe ich hier tatsächlich nicht So Das wird vermutlich das Thumbnail Wahnsinn oder Habt ihr das auch mal gesehen Das war gerade so eine Art Making of Die Entstehung eines Thumbnails Der komplexe Vorgang Der Bildverarbeitung In der Videoverarbeitung Hammer oder So werde ich das nennen So ein Schwachsinn Okay ich muss mich konzentrieren Äh ich wollte da hinten eigentlich raus Ne Wir wollten da raus So Ich sehe da oben einen Haken Da einen Haken Versuchen wir doch da mal hin zu gelangen Oh Gott Ich hab heute hier ganz schön viele Trickjumps drauf Ne Unglaublich WTF Ich muss immer an Werner von Braun denken Aber der spielt ja hier noch gar keine Rolle Ne Der Werner von Braun Oder spielt Oh nein Oh nein Oh nein Sie wollen mich fressen In welchem Teil war denn Werner von Braun wichtig Der Name kommt mir so bekannt vor Oh hier wieder Zwei Medikits gleich Hä bin ich denn doof Das andere lag da oben ne Wie komme ich denn da jetzt hin Oh ich finde das immer so sexy wie Lara Verneint ne Komm Okay Achtung Nein 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 Wie sie mich äh sensibel darauf hinweist Oder Nein 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 Könnte ich glaube ich den ganzen Tag machen So ein typisches Aristokraten Nein ne So ein bisschen hochnäsig so ne So So Mama Darf ich das Nein Ne So Wenn man so ein bisschen seine Macht ausspielt Ne So Sich seiner Machtposition So ein bisschen Bewusst ist Dann kommt Nein Ne Was Was jetzt Haben wir jetzt die Kämpfer in die Arena gelassen Wahrscheinlich Wahrscheinlich Wir waren es ganz geschickt Wir gehen da einfach nicht mehr runter ne He 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 So jetzt müssen wir nochmal checken Ah scheiße Jetzt muss ich nochmal in die Arena glaube ich Weil Ich habe hier gar keinen Rückweg mehr Ich glaube ich muss nochmal in die Arena gehen Sonst haben wir jetzt die ganze Zeit hier so ne Spannende Musik Ach gucke mal Über den Haken kommen wir da wahrscheinlich dran Ach komm Lol Ah noch tot Lol Hä der war doch Das war ja Quatsch jetzt Der war doch keine 5 Kilometer von mir weg Ja komm Dann gucken wir jetzt auch mal in die Arena Ne Habe ich den jetzt schon umgelegt Jetzt ist die Musik natürlich weg Wir gucken mal Was uns dort jetzt erwarten soll Oder Alter ist der groß Waren die anderen auch so groß Alter Wow Wow Ah jetzt geht es aber ab hier Wow Wow Alter Schwede Okay jetzt müssen wir mal hier Oh fuck you Alter Okay 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 Ja ich brauche auf jeden Fall einen Fokus Das ist ganz wichtig jetzt Und eigentlich würde ich gerne irgendwie mehr da drüben jetzt in die Arena fallen aber Wow Da hetzen sie mir jetzt aber ganz schön was auf den Hals Oh ich komme da gar nicht Ach komm Mann Das ist so ein scheiß Ding So Mutig wie wir sind Gehen wir jetzt einfach auf der anderen Seite der Arena In die Arena Oder So machen wir das jetzt Und los geht's Ach Mann Wieso habe ich das jetzt schon wieder versaut Aber die Löwen Oh Wieso versau ich denn Oh Das gibt's doch nicht Okay Jetzt habe ich die Pumpgun schon wieder nicht benutzt So was ist denn hier Hallo Toll Komm schon da hoch Oh scheiße Ich hätte Ich hätte mal hier Pumpgun benutzen sollen Mann wir spielen doch schwer Ich muss mal die ganzen Waffen benutzen Was ist denn da los Längster Mal ein bisschen Professionalität Darf ich hier rein Ohne dass was passiert Ja Wir wollen jetzt echt Dass ich dieses blöde Ding Da rumschiebe Ja Okay Kriege ich das da überhaupt wieder Hä Was wollen die denn jetzt von mir Oh okay Ach komm Ja wie soll ich das denn sonst machen Lara Du musst das jetzt treffen Mensch Oh Mädchen Wie soll ich das tun Jetzt kann ich es auch schieben oder Aber jetzt bin ich doch über die Kante drüber Meint ihr nicht Oh fuck Schwer Warte Oh wie kann denn das da über die Kante rutschen Das geht doch gar nicht Alter Jetzt hoch mit dir Komm Meine Güte ey Das dauert aber auch hier So Ach guck mal Das ist schon der Schlüssel Aber ich glaube wir sind hier noch lange nicht fertig in der Arena Ja Du auch Oh yeah Oh yeah Jetzt kann man natürlich Pappka nett einsammeln Müssen wir nochmal schnell da runter Und dann hätte ich hier gerne nochmal einen Kontrollpunkt Damit ich meinen Fortschritt auch speichern kann Scheiße Habe ich jetzt die Gespenster gesehen Ne Ah hier waren sie Genau Ich glaube das ist doch das erste Mal Dass ich wirklich im normalen Spiel Andere Pistolen Äh Andere Waffen wie die Pistolen benutze Also natürlich hat man mal früher auch die Magnum Und SMG Und M16 Und so Das hat man ja schon mal alles benutzt Gar keine Frage Ähm Aber im Im echten Wertungsspiel Was man dann gespeichert hat Hat man ja alles mit Pistolen gemacht Ne Also wir haben ja alle Tomb Raider durchgespielt Ohne ein einziges Medipack zu benutzen Und nur mit den Pistolen Da habe ich glaube ich was gesehen Da ist ein Artefakt Und ich glaube ich weiß schon wie wir drankommen Über den Haken Oh yeah Wie viel haben wir denn hier Wir haben eins Yeah Ich habe es schon gefunden Boah Jetzt müssen wir hier jede Stufe einzeln nehmen So Ich hätte schon gedacht Dass wir jetzt irgendwie von hier an den Es wird schon gehen Oder Oh Alter wie kurz Lol Aber Aber es würde funktionieren Das bedeutet doch auch Ich müsste da manuell Hinschießen können Oder nicht Probieren wir gleich mal aus So jetzt nehmen wir aber nicht jede Stufe einzeln Jetzt nehmen wir nämlich hier den Aufgang So Und hopp Und hier einmal rum So Das heißt hier kriege ich es nicht hin Warum denn nicht Ich dachte das wäre möglich Aber warum sind die denn da jetzt so genau Auf einmal Wie komme ich denn da jetzt an diesen blöden Haken Mein Mensch Och Mann Meint ihr das ist richtig was ich hier mache So von der Seite Und so Aber warum sonst sind hier die Die Dinger in der Wand Oder mal ehrlich Die Risse Ich habe doch schon wieder irgendein Tier gehört Oder nicht Da hinten liegt auch noch was Hier liegen überall Sachen Dann das Medikit Da bin ich auch da nicht gekommen Da muss ich doch irgendwie hin wahrscheinlich Und von da komme ich an den Haken Pass auf Das heißt wir gehen jetzt hier rüber So Und dann geht es nämlich hier durch Warte Ja fast Also ich höre hier definitiv noch so Viel Zeug Jetzt bin ich doch wieder viel zu tief Da komme ich doch Oh Wie kommen wir da ran Sagt es mir Nee Ich will den Schlüssel jetzt noch nicht reinstecken Rutschen wir jetzt hier runter Nee Alter Schwede Ah hier oben geht vielleicht auch ein nettes Thumbnail gleich Sollen wir jetzt mal gucken Hier vielleicht ist das sogar noch ein Wenig schöner So von hier so War es schon schick oder Könnte man Ich glaube das machen wir hier So Aber hier ist jetzt kein Vorankommen Und ich habe jetzt auch nichts liegen sehen Ja also muss es Muss es schon da drüben Richtig sein oder nicht Warum hören wir denn hier jetzt noch Ich habe doch auch noch irgendwelche Puma gehört oder Sind das Puma Ne Puma waren ja die Schwarzen Was sind denn das Leoparden Ne auch nicht Was sind denn das für Katzen Diese Ohne Flecken Egal Jetzt müssen wir erstmal darüber kommen Die Frage ist jetzt Wie Wollt er nochmal in den Tod springen In der Hoffnung Aber ich kann halt auch Ach Ich weiß es nicht Aber irgendwie müssen wir da jetzt weiterkommen Hier das müssen wir jetzt noch packen Komm Warte 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 Wie komme ich da hoch Ich weiß es nicht Ich habe keine Ahnung Kommen wir irgendwie ganz hoch Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Oh Gott ist das nervig hier Hier komme ich auch nicht weiter Wieso komme ich denn hier nicht an den blöden Haken da oben dran Das ist doch auch schon wieder Quatsch Ja also muss es Der Anfang ist hier So viel wissen wir schon mal Du sollst dich natürlich auch festhalten Komme ich noch eins höher Nee ne Nee auch nicht Ach mein Gott ey Ich verstehe nicht warum die sich da manchmal loslässt Also gefühlt habe ich meinen Finger immer auf der Taste Immer Was ist denn das jetzt So dann kommen wir hier rüber Von hier drüben komme ich hier rüber Aber hier gibt es kein Ich meine vielleicht haben die Schrägen da was zu bedeuten Kann ich da hinten hoch Nee ne Nee So jetzt bin ich wieder hier unten Das bringt mir jetzt wieder überhaupt nichts Wenn ich da drauf springe Bringt mir das auch überhaupt nichts Wenn ich da drauf springe Kann man halt hier rüber springen Ach Mensch ey Was übersehe ich denn jetzt hier Mann wir könnten wahrscheinlich schon wieder längst weiter sein Aber ihr helft mir ja auch schon wieder nicht ne Ihr sagt ja nichts Aber vielleicht versuche ich mal den Komm wir drücken mal Alles klar Ich glaube ich weiß jetzt wie es geht Oh nein Es hat nicht gereicht Oh das wäre doch so cool gewesen Ach man immer wenn ich cool sein will Dann verbaselt ich immer Mann hier So eine Scheiße Naja Das ist das letzte was wir wohl in diesem Part tun Wir holen uns noch das Secret Vielleicht auch das Medikit Dann können wir nämlich direkt los starten In der nächsten Folge Hier zu Toobrider Anniversary So das müssen wir jetzt ein bisschen flotter alles hier machen Wir wollen ja nicht trödeln Hol ich mir das Medikit gleich Ich bin mir nicht ganz sicher wie ich da hinkomme Vielleicht schaffe ich es über die Seile dann Warte mal Dann holen wir uns doch jetzt erst Oh ich muss das Seil länger machen Och Warum sagt mir das denn keiner Jetzt müssen wir da noch einmal rum Alles nur wegen dem Längster Naja Aber wir sind ja mittlerweile so geübt hier Ist ja alles kein Problem So war es halt damals So hat man damals gezockt Man hat einen Fehler gemacht Und hat es einfach nochmal gemacht Heute sind ja Spiele eher so Oh du hättest hier einen Fehler machen können Aber wir haben den Fehler rausprogrammiert Damit du schön sanft weiterspielen kannst Das ist ja heute schwer Und früher Hier siehst du die hat wieder losgelassen Obwohl ich keinen Grund habe die Taste loszulassen Ja Früher hieß es einfach deal with it Und heute wird dir erstmal über den Kopf gestreichelt Und da wird gefragt Haben sie gut geschlafen Bist du jetzt bereit für das Spiel Ja Möchtest du vielleicht noch was zu trinken dazu haben So Aber diesmal Diesmal nicht So Und Ey wenn das jetzt zu lang ist Das sieht so komisch aus Ey Ich kriege ein zu viel Mann Jetzt werde ich aber sauer hier Immer diese Rennerei da Gibt es doch nicht ey Diese scheiß Geheimnisse hier Aber so war das halt damals Und das ist gut so Auch wenn das eine Scheiße ist hier Mensch Aber Das ist gut so Kann ich mich so fragen hier Mit dem Dreck ey Aber so war es halt damals Und das ist gut Oh ey Das gibt es doch nicht Ich glaube Ich muss mir echt hier mal langsam Neue Pet holen Habe ich so das Gefühl So Lara Und jetzt halten wir uns da mal bitte fest Warum denn nicht gleich so Ja manchmal stellt sich der Längste aber auch an So komm Jetzt holen wir das Medikit noch Oder Und das ist auch nochmal Dann haben wir es jetzt hinter uns Dann müssen wir am nächsten Part Nicht mehr Nicht mehr gucken Wie ich hier hochkletter Oder Weil das haben wir jetzt Zur Gemüge gesehen Wahrscheinlich könnt ihr das schon Blind nachspielen Äh Quasi Acapella nachspielen Ne Quasi mit dem Ihr könnt Luft Gamepad nachspielen Diese Stelle hier schon Oder Mal ehrlich Äh So Dann gehen wir mal hier runter Jo 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 Da hätte sie sich fast ihre Schulter am Schlüssel aufgerissen Weil ich so blöd gesprungen bin So meine Freunde Ansonsten Ich hoffe es hat euch wieder gefallen Mit in dieser Folge War ja wieder alles dabei Bisschen Artefakt und so Ne Das sieht gut aus So Und ja Würde mich wieder über ein Like freuen Und natürlich über eure Meinungen Äh Über diesen Part Ne Wahrscheinlich Hättet ihr alles wieder im First Try geschafft Und der dumme Langster ist wieder blöd Ne Aber das könnt ihr mir ruhig schreiben Das würde Äh Mich sehr interessieren Ne Und Ja Dann gucken wir mal Wie wir in der nächsten Folge hier rauskommen Aus dem Kolosseum Und äh Wenn mich nicht alles täuscht Kommen wir dann tatsächlich Zu König Midas Palast Ja König Midas Äh Eine Auch interessante Mythenfigur Die man so ein bisschen Kennen sollte Aber gut Äh Ja Wie immer wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag Einen schönen Abend oder eine gute Nacht Und äh Wir hören uns dann eben Äh Wieder Zur nächsten Folge Tomb Raider Anniversary Oder aber Zu Entweder immer noch Alien Also Lation Für die die es nicht wissen Ich hab es übrigens auf schwer durchgespielt Und alle DLCs mal gezeigt Ne Äh Oder Die letzten von uns überlegen immer noch Was als nächstes kommt Weil ich glaube erst Mitte der Woche kommt der Teaser jetzt So Mit einer Woche Verspätung Ne Aber jetzt haben wir genug gequatscht Vielen vielen Dank fürs Zuschauen Und Hauen sie rein Und einen wunderschönen Tag euch noch Bye bye Euer Längster